Und nicht nur einarmet, sondern von hier aus alterniert, dass ihr hier den Wechsel macht. Puff. Puff. Okay? Weiß jemanden, wie man mit dem Gymross umgeht? Naja. Kommen wir zusammen in meinen Kreis. Allein auf meine Hand. TLC auf drei. Eins, zwei, drei. TLC! Als nächstes. Hi, ich bin der Gökhan aus Kiel. Mir gehört das Synergy Sports dort und ich gehöre jetzt auch zu der frischgebackenen Riege von TLC-Trainern. Super geiles Training, wie immer. Ich kann den Andreas und die Sportschule jedem nur ans Herz legen. Hier zu trainieren und einfach woher zu schauen. Und ich hoffe, wir sehen uns hier mal auf dem Seminar. Danke. So kleine Jungs wie ich, die machen den natürlich eng, damit der schön erholsam ist. Hier, ihr seid ja Männer. Ihr macht den mit. Ab vorne. Okay. Man hat turmisch Atmung. Ellenbogen führt nach vorne und der andere hält konstant. Dann Wechsel, diagonal hinter den Kopf. Ellenbogen nach vorne. Ich bin der Achim Schäfer aus Menden. Hoffe, dass ich zukünftig dann auch einen TLC-Standort in Menden aufmachen kann. Und ja, was ich jetzt in den zwei Tagen gelernt habe, ist ganz neue Grenzerfahrung. Wenn man hier ein paar Zirkel hintereinander durchschaut, das kommt gut. Ich sage dazu immer, stoßen. Vor dir auf. Leicht anheben, Füße anheben und walzen. Eins. Zieb. Auf. Zeit. Komm, zieh dich hier. Komm. Ich setze die Arme ganz auf. Ja, hallo. Ich bin Harry Baumeister. Ich habe hier erfolgreich die Ausbildung zum TLC-Trainer absolviert. Das hat super viel Spaß gemacht. Der Standort hier ist einmalig. Das ist die Schmiede hier schlechthin. So etwas habe ich noch nirgendwo gesehen. Einmalig und so etwas will ich auch bei mir haben. Dankeschön. Eins, zwei, drei. TLC! Au!